Wir haben alle lange gewartet, doch nun ist es endlich passiert. Unser PC-Raum ist fertig. Wir haben Rums Wums liegen. Da kann man Rums Wums sitzen. Ich werde es nochmal demonstrieren. Wir fahren in den Tisch rein. Und dann sitzen wir. Nein, wir sitzen nicht, wir liegen. Hallo. Da ist der Tor, Maus, Aschenbecher, Getränke, PC, Bildschirm. Da würde jetzt nun mein Mitstreiter Herr Rappenberg sitzen. Der ist aber gerade im Kino. Hier haben wir noch ein bisschen Platz für einen Tisch, ein paar Mülleimer. Und auch seine Liga hat den marginalen Vorteil, dass sie durch leichtes Manövrieren aus dem Tisch herausfahren. lässt und auch wieder hinein. Und auch er hat diese bequeme Liegeposition, in welcher man acht, neun, zehn Stunden lang sitzen kann, ohne dass es einem traurig wird. Die spezielle Konstruktion ist natürlich, dass wir Tische haben, wo eine Seite fehlt. Und so ist es halt möglich, auch aus dem Tisch rauszufahren. Ja, jetzt ist hier kein Licht, das ist natürlich scheiße. Schauen wir mal so. Das bringt auch nichts. Natürlich ist das Gröbste geschafft, aber es geht weiter. Die Wand kann natürlich nicht so bleiben, wie sie ist. Da muss noch mehr her. So, das war es jetzt mit dem kleinen Einblick in unser Leben. Und wir sehen uns, wenn es fertig ist. Und wir sehen uns, wenn es fertig ist. Und wir sehen uns, wenn es fertig ist. Und wir sehen uns, wenn es um Kms-Meer-Den-Den-Ten-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den.